Wenn ich ihn diesen Mann brächte, der ihr Leben zerstört hat, töten sie ihn. Wenn du das hörst, werden sieben Jahre vergangen sein. Das ist er also, der Beginn deines neuen Lebens. Der Gedanke an die Zukunft, die du gestalten wirst, kann überwältigend sein. Der Gedanke an die Bestimmung dahinter. Sie sind also doch ein Kopf. Zeitsprungagent, einer von elf. Wir verhindern Verbrechen, bevor sie geschehen. Und was ist das? Eine Zeitmaschine. Überschreite nie das Sprunglimit. Das kann problematisch sein. Wenn du den Fizzle Bomber aufhalten willst, kriegst du keine zweite Chance. Die Zeit holt uns alle ein. Du kannst das. Was meinen Sie damit? Was hat das mit mir zu tun? Die Welt bekam sie durch ein Bestimmungsparadox. Sie müssen die Saat für die Zukunft legen. Ich weiß, wo ich herkomme. Aber wo kommt ihr ganzen Zombies her? Wenn ich Ihnen diesen Mann brächte, töten Sie ihn. Dann geht's. Die Welt bekam sie durch. In der Welt bekam sie durch. Vielen Dank.